Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh my god! I hate her. Ungültiges Ziel, scheiße. Hey, halt! Ich will mit euch reden! Nee, nee. Lass mal. Wir müssen doch mal ein bisschen was aufdecken hier. Ich will mit euch reden. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir! Eine geschickte junge Frau wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Na dann. Ja, warum? Lass dich in Ruhe. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Ich will nicht sterben! Rein zum euer Leben! Ich verdanke euch bereits mein Leben, ihr Fandom. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Ja, was soll ich da? Was fragt man? Ja, das wäre super funktioniert. Gar nicht. Weißt du überhaupt, wo du hin willst? Sie sitzt noch hier! Raus, verfluchte Diebe! Raus aus meinem Geschäft! Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Okay, ich schätze, wir machen jetzt erstmal hier ein paar Sachen. Wir könnten vielleicht doch noch ein bisschen Unterstützung brauchen und vor allen Dingen, dass der ganze Scheiße mal ein bisschen aufgedeckt werden. Und wir kriegen dann noch ein paar Tunnel-Eingänge offen, um hier schneller von A nach B zu kommen. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich sollte mich ein bisschen von den Schützen fernhalten, weil die machen echt Damage. Scheiß Viecher. Wo ist denn der Typ? Oh, fuck. Was? Die haben mich hier getroffen? Okay, dann war mal eins. Fall doch endlich runter, Mann. Wow! Vielleicht ein seltener. Los, zuschlagen! Ey, ich kann's! Die Leute mit Sperren! Komm, allen Seiten! Danke. Danke. Ich komme mit dir nur. Tschüss. Ich auch, ja. Es war mir einfach nötig. Ich werde wieder sehen. Was? Ach komm nicht. Hör auf. Toll, die haben alle Sperre, ne? Ich hasse es. Ich hasse Sperre, Mann. Das will ich auch nix mehr zum Schmeißen, ne? Und ich habe auch fast keine Medizin mehr. Ich krabbel jetzt hier hoch. Macht ihr drauf euer Bestes. Ich krabbel jetzt mal Schotten gehen, das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Ich krabbel jetzt. Ich krabbel jetzt nachvoll. Das ist so schön. Ich krabbel jetzt! Ich krabbel jetzt! Dann würde ich machen, die Krabbel! und soll eben immer noch Sperrgebiet wir gehen erstmal hier runter man kommt nicht mit dem Konter an die ran oh sorry regeneriert euch mal geht euch mal wieder erholen oder wir plündern jetzt hier die Leichen die haben bestimmt einiges bei sich da können wir uns ein bisschen Geld sparen wie kannst du nur die Toten finden ach ach wenn sie zerstört dann geht doch einfach weiter ja oh nebelbombe dann kriegt man doch einiges zusammen hier ja ja meine Rüstung ist auch gebrochen 900 ne das wollte ich nicht sag mal ich hab die links gedrückt gehalten aber egal was solls ich hab die nicht abgefackelt das ist weg das ist weg das ist weg so jetzt aber ja ich hab die nächsten hier ja Ihr habt nichts zu fürchten, Effende. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hm? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt auch? Okay. Ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Ich sagte, ich bin gut! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh, das ist so runtergefallen. Jetzt geht's los! Habt ihr das gesehen? Ich habe hinten keine Augen. Sorry. Oh, Böller. Der hat aufgefallen. Oh, kann ich mehr Zeit lassen. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm! Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Du hast mir nicht geglaubt. Ah ja. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella. Und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galaterturm. Verstanden? Äh, Evid. Natürlich, Mentor. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Stoppen wir uns gerade demnächsten. Nicht mehr, Mann. Ich hoffe, wir haben uns die Assassine ein bisschen trainieren lassen. Der hat sie doch nicht alle beisammen. Komm schon, lass mich gehen. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Okay, ähm. Irgendwann wird der Balken immer roter, röter, wie auch immer. Wir marschieren mal hier runter. Das heißt, findet man unterwegs in Herold. Okay, wir alle. Ja, Rittin. Bitte Gott, lass mich leben. Aber trotzdem werde ich es mir sparen, hier komplett alles zu erledigen. Weil, das ist echt zu viel. Und wir haben wie gesagt noch ein bisschen was vor uns, bevor Mirage kommt. Die anderen mache ich dann zurzeit etwas gründlicher. So, jetzt mal hier. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir marschieren hier hoch, dann hier rüber. Und unterwegs findet sich mit Sicherheit auch noch was. Also, ich kann es nicht anschauen, dass wir mit 게임 verbrechen können. Das ist eben zwar Johannes. Also, kurz steht zu24. Mit diesem Grunde ist mir alles zu beurteilen. Oh, nein. group steht für den Werknopf. Ja! Leider? Vielen Dank. Hup! Hup! Woher kenne ich dich? Hup! Ich renne aber noch mal zu. Hey! Hey! Was ist denn los mit dir? Warum passiert das aus? Der hat jetzt immer mir! Hup! 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 Hast du ihn schon mal gesehen? Nein, das ist nicht. Da ist der Hauptmann. Wir stehen jetzt einfach direkt durch und dann rennen die anderen schon weg. Nein, 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 nein. Geh mit deiner Acht. Du bist weg. Ziele will gelernt sein. Das ist ein Mann. Nur wer lebt kann. Ich sehe! Wo ist denn heute? Statt da! Oh! Hup! 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 So, dann gehen wir einmal hier rüber, obwohl wir haben die Assassinen-Signale voll. Und haben jetzt eigentlich hier ordentlich was aufgedeckt, ich denke, das sollte schicken. Gut, die Feste hier noch. Und dann gibt es weiter mit der Büchersuche und mit dem Main-Story. Und dann müssen wir den Prinz Süleyman erst mal offenbaren, dass da ein furchtbarer Irrtum vorlag. Und dass wir den Falschen getötet haben. Gut, Cheerio. Oh, das war Knapp. Wo ist er denn? Wo ist denn der Typ? Zu viel Kaffee getrunken, I'm sorry. Wo ist der Land? Da, hält ihn! Halt an und ich schenke dir einen schnellen Tod! Halt an und ich schenke dir einen schnellen Tod! Oh! Oh! Ups, oder? Ach, da lebt ihr noch! Oh! Oh! Gott, Herrgott! Oh! 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 Ich traf! Oh! Das hab ich getrunken! Oh, mein Gott. Sag es mir! Oh! Oh! Oah! es kommt nicht mehr vor ich höre es sommer willst du mich tollen ziemlich gut die waffen ist nicht wahr aber jetzt wurde ich den schon mal gesehen einen drinnen fahrer packt ihn Okatara er entbissen was habe ich von meinem Anteil wenn ich tot bin so, na wunderprächtig haben wir hier einen Trudel-Eingang und dann marschieren wir direkt weiter zur Main-Story Tschau